Ja, hallo. Heute wirklich nur ganz kurz. Also ich kann kurz sagen, was ich gemacht habe. Ich war auf der Arbeit. Nach der Arbeit habe ich dann mit meiner Ex-Frau zusammen mein Auto in die Werkstatt gebracht. Und danach hatte ich quasi noch eine Unterhaltung, die für mich sehr entscheidend sein kann, was sich so in Zukunft tut oder nicht tut. Die hat mich aber heute mehr oder weniger hart getroffen und da musste ich erstmal so für mich selber mit umgehen. Ja, und dann war mir nicht nach vloggen. Ich denke mal, dass ich das morgen jetzt über Nacht, also dass ich es über Nacht so für mich ein bisschen verarbeite und ein bisschen besser damit klarkomme. Und dann morgen wieder wie gewohnt weitermachen kann. Ich hatte zwar vorhin ein paar Szenen aufgenommen schon, das heißt zur Werkstatt hin und bei der Werkstatt. Aber ich hätte jetzt keine Anschlussszene mehr machen können, die da irgendwie was rausreißt. Von da an gebe ich heute einfach nur mal dieses kurze Video zum Besten. Es war einfach ein schlechter Tag zum Vloggen, sagen wir das mal so. Und ich hoffe, dass ich das morgen so weit verdaut habe, dass ich auch Perspektiven für mich sehe und ja, wird schon, wird schon werden. Alles klar, dann sehen wir uns morgen wieder im Daily Vlog. Ja, das Video bewerten, nicht wirklich. Aber wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit mir, dann abonniert mich doch hier oben. Und falls ihr ein Video sehen wollt, so wie sie normalerweise sind, dann habt ihr hier unten die Möglichkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid und bis dann. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch da seid, wenn ihr euch da seid, wenn ihr euch da seid.